Ich war mit Angie Lutschmund, meiner Sekretärin, in ihrer Wohnung und ich gebe zu, dabei ist es zu einer Situation gekommen, wo wir uns gegenseitig unser Kleid entledigt haben. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich habe keine Erektion bekommen, weil ich an dich gedacht habe. Du hast keine Erektion bekommen, weil du an mich gedacht wirst. Und wenn du eine Erektion bekommst, dann wenigst du das? Bist du bereit? Ja. Denkst du in den Weg? Ihr Söhne von Schottland, ich bin William Wallace. William Wallace ist zwei Meter groß. Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu Hunderten umdrehen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Falk schon lange mit Feuerwehren aus seinen Augen passiert. Und mit Blitzschlägen aus einem Arsch. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020